Ein uraltes Übel ist aus den Schatten emporgestiegen. Sauron sammelt seine Kräfte, jene, die ihm folgen werden, von seiner Bösartigkeit entfacht. Genorden sendet er Agandar, ein grausamer Meister der dunklen Hexenkünste, um alle zu vernichten, die es wagen, sich ihm zu widersetzen. Gegen den aufsteigenden Schatten stellen sich jene, die keinen Ruhm suchen, die nicht nach Macht streben. Jene, die kämpfen, um den Angriff abzuwehren, um ihr Volk zu beschützen, ihr Land und ganz Mittelerde. Drei helle Flammen der Tapferkeit. Um die Dunkelheit zu besiegen. Um die Dunkelheit zu besiegen. Drei helle Flammen Drei helle Flammen Drei helle Flammen